Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir wieder, wie du deine Theorieprüfung mit Nullfehlerpunkten bestehen kannst. Die Straße ist auf einem kurzen Stück vereist. Was sollen sie hier möglichst vermeiden? Bremsen, Lenkbewegungen, Beschleunigen. Also du solltest all das vermeiden, was das Fahrzeug zum Ausbrechen bzw. zum Schleudern führen kann. Und das ist in dem Fall Bremsen, Lenken und Beschleunigen. Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen? An Baustellen, an Einmündungen von Feldwegen, an innerstädtischen Kreuzungen. Also an Baustellen kann natürlich Schmutz auf der Straße sein, das ist richtig. An Einmündungen von Feldwegen, da kann auch Erde zum Beispiel von einem Traktor mit auf der Straße liegen. Das ist auch richtig. Und an innerstädtischen Kreuzungen, also das wäre eine Kreuzung mitten in der Stadt. Und da sind die Kreuzungen meistens relativ sauber. Deswegen lassen wir die letzte Antwort aus. Die kreuzen wir nicht an. Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? Okay, also hier geht es um den Hund und links um die Katze. Und der Hund könnte zum Beispiel über die Straße rennen, um die Katze zu erwischen. Ja, schauen wir uns mal die Antworten. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. Wenn es gut läuft, dann reißt der Hund sich los. Ich kann mich noch erinnern, da war ich vielleicht so vier, fünf Jahre alt. Ich habe nicht losgelassen. Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. Ja, so ähnlich war das. Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. Gut, also wir gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus. Und die ersten beiden Antworten wären schlimm für uns. Deswegen kreuzen wir die ersten beiden an. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? Gut, ich lese die Antworten mal vor. In unübersichtlichen Kurven, an Fahrbahnverengungen oder am Bahnübergang. Und da kreuzen wir natürlich alle Antworten richtig an. Unübersichtlichen Kurven, ja, man sieht ja nichts. In deiner praktischen Prüfung, wenn du an den Fußgängerüberweg kommst oder an eine rechts vor links oder an einem Bahnübergang, du musst die Geschwindigkeit reduzieren. Wenn du die Geschwindigkeit nicht reduzierst und nicht nach links und rechts schaust, dann denkt der Prüfer, dass du die Situation nicht verstanden hast. Also da muss eine Reaktion von dir kommen. Okay, also so ein Video haben wir schon in der letzten Prüfung, glaube ich, gehabt. Oder in der vorletzten war das. Also wir haben zwar ein Vorfahrtgewehren, aber der Querverkehr muss bedingt eines Staus warten. Und der bildet sogar für uns, also er lässt die Kreuzung frei, was er auch machen muss. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Radfahrer hinter uns und mit dem roten Pkw. Gut, also warten nur wegen des roten Pkw, ja, aber es kann natürlich sein, dass der Radfahrer währenddessen ein bisschen ungeduldig wird und an unserem Auto vorbeizieht. Aber das war jetzt nicht die Frage. Also nur wegen des roten Pkw, der möchte links abbiegen. Wir haben ein Vorfahrtgewehren, deswegen müssen wir warten. So, Achtung, hier wieder eine Frage mit Verwechslungsgefahr. Es geht um die verkürzte Reaktionszeit. Die Reaktionszeit verkürzt sich nicht, wenn du müde bist, sondern sie verlängert sich. Und diese Antwort bzw. Frage kann auch umgekehrt gestellt werden. Also da musst du ein bisschen aufpassen. Deswegen kreuzen wir die erste Antwortmöglichkeit nicht an. Sie würde sich nämlich verlängern und nicht verkürzen. Aber wenn du müde bist, dann gehst du und die Augen werden schwer. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Warnblinklicht an. Also wir haben einen Schulbus zu erkennen an dieser Plakette hier, dieser orangenen mit den Kindern drauf. Und der steht an einer Haltestelle. Das ist auch wichtig, denn nur in Kombination mit der Haltestelle und diesem Warnblinklicht gilt diese Regel, dass wir nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren dürfen. Und zwar in gleicher Richtung und in entgegenkommender Richtung. Warum kann die Fahrtüchtigkeit bereits durch geringe Mengen Alkohol beeinträchtigt werden? Weil sich die Reaktionszeit verkürzt. Weil sich das Sichtfeld der Augen verkleinert. Weil sich das räumliche Sehen verschlechtert. Also hier auch wieder aufpassen mit dem letzten Wort. Verkürzt, verlängert, verkleinert, vergrößert, verschlechtert, verbessert. Die Reaktionszeit, wenn du Alkohol getrunken hast, verlängert sich, sie verkürzt sich nicht. Das würde ja bedeuten, dass du unter Alkohol eine bessere Reaktion hättest. Das hast du hoffentlich nicht. So, deswegen lassen wir die erste Antwortmöglichkeit aus. Das Sichtfeld wird kleiner, das ist richtig. Und das räumliche Sehen wird schlechter, das ist auch richtig. Was kann es bedeuten, wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht jedoch kein Einsatzhorn eingeschaltet ist? Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt. Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt. Okay, pass auf. Blaues Blinklicht, ein Abschleppwagen hat immer gelbes beziehungsweise orangenes Blinklicht. Nur sowas wie Feuerwehr, Rettungswagen, Polizei, die haben blaues Blinklicht. Und blaues Blinklicht, da sind sie immer im Einsatz. Ob es jetzt an einer Unfallstelle ist oder Feuerwehr, ist egal. Aber Abschleppwagen hat ein gelbes Blinklicht. Sie nähern sich einem Bahnübergang. Die Schranke beginnt sich zu senken. Wie müssen sie sich verhalten? Ich fahre weiter, wenn kein Zug zu sehen ist. Ich schalte das Warnblinklicht ein. Ich warte vor dem Andreaskreuz. Ja, also natürlich warten wir vor dem Andreaskreuz. Alles andere ist kompletter Quatsch. Sie fahren mit 30 Kilometer pro Stunde. Dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung neun Meter nach der Faustformel. Wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedingungen bei 60 Kilometer pro Stunde? Ja, jetzt brauchen wir natürlich die Formel für den Bremsweg. Das ist ja die Gefahr in der Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal die Gefahr in der Geschwindigkeit geteilt durch 10. Also sprich 60 kmh durch 10 wären 6. Und 6 mal 6 sind 36. Das ist hier richtig. Das Ganze können wir auch mit 30 mal ausrechnen. 30 geteilt durch 10 wären 3 und 3 mal 3 wären 9. Und das wären hier diese 9 Meter, die in dieser Aufgabe beschrieben sind. Ja, alles was du zum Thema Formeln brauchst, habe ich dir natürlich im Videokurs groß und breit erklärt und visualisiert. Zum Videokurs kommst du mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Und da habe ich natürlich alle Themen, die dir in der Theorieprüfung drankommen, für dich erklärt. Wovor kann gelbes Blinklicht auf einem Fahrzeug warnen? Vor Gefahren an einer Arbeits- oder Unfallstelle. Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport. Vor einem Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite. Also gelbes Blinklicht heißt einfach nur Achtung Gefahr. Und da haben wir schon in der ersten Antwortmöglichkeit eine Gefahr. Unfallstelle, ja, da gibt es ja auch diese Pfosten, wo dann diese gelben Blinklichter drauf sind. Auf der Autobahn, hast du bestimmt schon mal gesehen. Also das ist richtig. Vor einem langsam fahrenden Großraumtransport, das ist auch richtig. Und vor Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite, das ist auch richtig. Also da kreuzen wir alle Antwortmöglichkeiten an. Wir fahren innerorts mit 30, der von hinten fährt ein bisschen dicht auf. Jetzt lässt er das Ganze sein. Da vorne wird es ein bisschen eng. Ein Radfahrer kommt entgegen. Okay, ja, ja, nee, da darfst du nicht durchfahren. Also da kommt ein Radfahrer entgegen. Wir müssen hier warten, den Radfahrer durchfahren lassen. Da darfst du auf keinen Fall durchfahren. Wie verhalten Sie sich richtig? Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist. Gleichmäßig weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer ausreichend ist. Mit mäßiger Geschwindigkeit weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sehr gering ist. Ja, nein, also du musst auf jeden Fall warten und am besten frühzeitig bremsen, damit der Hintermann auch noch Zeit hat zum Reagieren. Wozu kann ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beitragen? Also kurz gesagt, warum ist es gut, dass du mehr Abstand zum Vordermann einhältst? Einschränkung der Sicht, das wäre ja praktisch negativ gemeint. Das ist nicht richtig. Zur Verringerung des Unfallsrisikos, genau. Also wenn du mehr Abstand hast zum Vordermann, dann hast du natürlich auch mehr Zeit zum Reagieren, wenn er irgendwie bremsen sollte oder sowas. Zum vorausschauenden Fahren ist auch richtig. Da umso näher du auf das Auto drauf fährst, desto weniger kannst du sehen. Wenn du mehr Abstand einhältst, dann kannst du besser an dem Vordermann vorbeischauen und früher auf die Situation reagieren. Was kann dazu beitragen, Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu verringern? Schon beim Kauf eines Kraftfahrzeugs auf den Kraftstoffverbrauch achten. Durch vorausschauende Fahrweise zu einem gleichmäßigen Verkehrsfluss beitragen. Nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Ja klar, wenn du das Auto nicht benutzt, dann verbrauchst du natürlich auch keinen Kraftstoff. Das ist super. Durch vorausschauende Verkehrsfahrweise, das ist natürlich auch gut, denn jedes Mal, wenn du beschleunigst, dann verbraucht das Auto am meisten Kraftstoff. Und natürlich kannst du, wenn du dir ein Auto kaufst, auch darauf achten, dass es möglichst wenig Kraftstoff verbraucht. Dann trägst du auf jeden Fall schon mal zur Umweltentlastung bei. Ein bisschen. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir sind auf einer abknickenden Vorfahrtstraße, allerdings verlassen wir diese und der LKW, der von rechts kommt, der bleibt auf dieser abknickenden Vorfahrtstraße. Das heißt, wir müssen warten, der LKW darf zuerst fahren. Welches Verhalten ist richtig? Es geht um dieses Verkehrszeichen hier. Das gibt dir ja Vorfahrt an der nächsten Kreuzung. Dementsprechend dürfen wir zuerst fahren. Der Bus muss warten. Wer darf zuerst fahren? So, wir sind auf einer abknickenden Vorfahrtstraße. Wir folgen der abknickenden Vorfahrtstraße. Deswegen dürfen wir zuerst fahren und alle anderen müssen warten. Was ist auf dieser Vorfahrtstraße zu beachten? Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Die Fahrstreifenbegrenzung ist hier in der Mitte, diese durchgezogene Linie. Parken ist verboten. Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung ein Fahrstreifen von mindestens drei Meter bleibt. So, Achtung! Wieder Verwechslungsgefahr. Wir befinden uns anscheinend außerorts auf einer Vorfahrtstraße und auch wenn die letzte Antwort hier sehr lang ist und sich sehr gut anhört, ja auch mit genauer Meterzahl und so und drei Meter, das hast du bestimmt schon mal gehört, ist die Antwort leider falsch. Das Parken ist außerorts auf Vorfahrtstraßen komplett verboten und die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist ein Geburtszeichen. Blau und Rund sagt dir immer, das, was du tun musst. Auf einen Gehweg. Auf den Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs. Auf ein Verbot für Fahrrad- und Mofaverkehr. Okay, also auch hier wieder aufpassen. Das ist natürlich ein Gehweg und wenn da ein Gehweg ist, dann musst du diesen Gehweg auch benutzen. Es dürfen allerdings nur Fußgänger diesen Gehweg benutzen und dementsprechend ist das Fahren von Fahrrädern auf dem Gehweg oder von Mofas nicht erlaubt. Also da kreuzen wir auch die letzte Antwortmöglichkeit an. Okay, wir haben den Grundstoff durch, die 20 Fragen. Jetzt geht es weiter mit dem Zusatzstoff. Also die Fragen, die ausschließlich nur für die Klasse B drankommen, für den Autoführerschein. Sie erhöhen ihre Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde auf 100 km pro Stunde. Wie verändert sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel? Da könnte ich dir jetzt auch die Formel geben, aber wie gesagt, die findest du im Videokurs. Oder wenn sich die Geschwindigkeit verdoppelt, dann vervierfacht sich der Reaktionsweg. Aber wir können es trotzdem mal ausrechnen. Genau, bei 50. Reaktionsweg ist ja 50 geteilt durch 10 mal 3. Also sprich, 5 mal 3 sind 15. 15 Meter wäre es bei 50 kmh. Und bei 100, 100 geteilt durch 10 sind 10 und 10 mal 3 sind 30. Dementsprechend vervierfacht er sich auf... Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Da hätte ich jetzt fast was Falsches angekreuzt. Okay. Also pass auf. 100 geteilt durch 10 sind 10 und 10 mal 3 sind 30. Also dieser Reaktionsweg verdoppelt sich von 15 auf 30. Da hätte ich echt fast was Falsches angekreuzt. Es gibt sehr viele Fragen, da vervierfacht sich der Weg beziehungsweise die Kraft und beim Reaktionsweg verdoppelt es sich anscheinend. Da ist es gut, wenn man auf jeden Fall die Formeln weiß. Also lieber zwei- oder dreimal ausrechnen, bevor du was Falsches anklickst. Ihr Fahrzeug ist auf der Autobahn liegen geblieben. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Die Autobahn darf bis zu der Ausfahrt befahren werden, die einer geeigneten Werkstatt am nächsten liegt. Während des Abschleppens haben beide Fahrzeuge Warnblinklicht einzuschalten. Die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt verlassen werden. Also auch hier klingt die erste Antwortmöglichkeit ja irgendwie total gut und plausibel. Die ist aber leider falsch, denn die Autobahn muss bei der nächsten Ausfahrt unmittelbar verlassen werden. Du darfst ja nicht sehr schnell fahren beim Abschleppen. Und wenn du da auf der Autobahn auf dem Standstreifen fährst und von hinten kommt einer an mit 130 und muss auf diesen Standstreifen fahren, weil der Reifen geplatzt ist oder sowas, das wäre nicht gut für euch beide. Du musst die Autobahn sofort verlassen, wenn es geht. Und natürlich müssen beide Fahrzeuge mit Warnblinklicht kenntlich gemacht werden. Okay, wir fahren anscheinend auf einer, sagen wir mal Autobahn mit 20. Vor uns kommt ein Tunnel. Aha, ein Unfall. Du machst das Warnblinklicht an, um den Hintermann zu warnen. Das ist richtig. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich verringere meine Geschwindigkeit. Ich fahre so weit wie möglich links. Ich fahre unverändert weiter. Ja, also natürlich passen wir die Geschwindigkeit an. Wir wissen ja nicht, was hier auf der Straße liegt oder wer da auf der Straße steht. Und wir fahren natürlich auch möglichst weit links, damit wir sehr viel Platz von dieser Unfallstelle lassen. Unverändert weiterfahren, das wäre natürlich keine gute Idee. Okay, wir werden die ersten beiden Antworten ankreuzen, denn die letzte wäre ziemlich aggressiv und das ist keine gute Idee. Wir werden natürlich diesen Zug, also dieses Gespann, den Traktor und den Anhänger beobachten. Da vorne kann es sein, dass dieser Streifen endet. Dementsprechend wird er vielleicht auf unseren Fahrstreifen rüber wechseln. Und deswegen kreuzen wir die ersten beiden Antworten an. Sie fahren mit 80 km pro Stunde hinter einem Auto her. Welchen Sicherheitsabstand müssen Sie mindestens einhalten? Einen 1-Sekunden-Abstand. Einen 2-Sekunden-Abstand. Einen Abstand von 15 Metern. Ja, also 2 Sekunden sind immer top. Merkst du einfach eine Stelle, wo der Vordermann drüber gefahren ist, dann zählst du 21, 22 und dann erst darfst du an dieser Stelle sein. Ansonsten hast du einfach zu wenig Abstand. Sie fahren einen Pkw mit vollbeladenem Anhänger ohne eigene Bremse. Was ist richtig? Der Anhalteweg wird kürzer. Der Reaktionsweg wird länger. Der Bremsweg wird länger. Also der Anhalteweg, der resultiert ja aus dem Reaktionsweg und dem Bremsweg. Und der wird bestimmt nicht kürzer, wenn du mehr Masse zum Abbremsen hast. Das ist falsch. Der Reaktionsweg wird länger. Hat nichts mit deiner Beladung, dem Anhänger oder dem Fahrzeug zu tun. Reaktion liegt ja an dir selber. Also der Reaktionsweg würde sich verlängern, wenn du zum Beispiel müde wärst. Aber nicht, weil du einen Anhänger mit dir ziehst. Der Bremsweg wird länger. Ja, das ist richtig. Denn der Bremsweg liegt natürlich auch an dir, also wie du bremst. Aber natürlich auch an deinem Fahrzeug, an der Straße, an den Reifen, an der Beladung. Und wenn der Anhänger nicht gebremst ist, dann hast du mehr Masse zum Abbremsen. Deswegen verlängert sich der Bremsweg. Was kann die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen? Starke Emotionen, zum Beispiel Freude, Ärger, Ungeduld. Lebhafte Unterhaltung. Spannende Sendungen im Autoradio. Richtig, richtig, richtig. Also einfach alles, was dich ablenken kann. Sie möchten Ladung transportieren. Was müssen Sie dabei beachten? Ich darf beim Fahren nicht durch die Ladung behindert werden. Die Ladung darf während der Fahrt nicht verrutschen oder umfallen. Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf nicht beeinträchtigt werden. Ja, also auch hier ist alles richtig. Du darfst dich einfach nicht von der Ladung irgendwie ablenken oder beeinträchtigen lassen. Wenn sie in deinem Sichtfeld ist, das wäre auch irgendwie blöd. Das Auspuffgeräusch ist plötzlich lauter als normal. Was tun Sie? Auspuffanlage überprüfen. Motorluftfilter erneuern. Nichts, weil niemand gefährdet wird. Also für alle Tuner aufgepasst. Der Luftfilter kann schon etwas damit zu tun haben, aber deswegen muss er nicht erneuert werden. Also das ist meistens nicht der Fall, dass das Auto auf einmal lauter wird, wenn der Luftfilter irgendwie, was heißt erneuern, dann muss er ja kaputt oder verstopft sein. Also das ist nicht richtig. Die Abgasanlage, Auspuffanlage prüfen lassen, das ist richtig, denn die dämpft den meisten Schall. Und deswegen kreuzen wir auch nur das an. Nichts, weil niemand gefährdet wird. Das ist in Deutschland ja nicht der Fall. Wenn du 4, 5 Dezibel drüber bist, ich glaube 4 ist die Toleranz, dann gibt es schon Ärger. Welche Profiltiefe müssen alle Reifen ihres Fahrzeugs am Hauptprofil mindestens aufweisen? So, machst du deinen Führerschein mit 17,5 oder mit 18, also bei mir war es damals 18, dann habe ich mir solche Fragen immer mit einer Eselsbrücke gemerkt. Und zwar bis zum, meinem 18. Geburtstag war der 16. mein schönster Geburtstag und deswegen habe ich mir die 1,6 Millimeter so gemerkt. Vielleicht ist es ja bei dir, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja eine Telefonnummer, ja, 016 irgendwas und dann kannst du dir vielleicht auch die 1,6 so merken. So, genau, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Geben mal den Bogen ab und schauen mal, ob wir die Prüfung bestanden haben. Ja, mit 0 Fehlerpunkten haben wir die Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Also, wie gesagt, falls du ein bisschen Unterstützung brauchst für deine theoretische Prüfung, falls du die Fragen und Antworten nicht verstehst und einfach noch ein bisschen Sicherheit brauchst, dann empfehle ich dir unten den Videokurs, der ist sehr aufwendig und sehr ausführlich. Und ja, da erkläre ich sehr viele Themen zu den Fragen. Und wenn du noch ein bisschen mehr Sicherheit brauchst und gut durch Zuhören lernen kannst, dann würde ich dir hier das Hörbuch der Klasse B empfehlen. Da sind die Fragen, die in der Theorieprüfung auf dich warten, noch mal von einem professionellen Sprecher vorgelesen und die dazu passenden Antworten werden auch mit eingespielt. So, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Über ein Abo und ein Like würde ich mich extrem freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.